Ich werde heute ein wenig aus meinem Buch vorlesen, und zwar das Buch heißt Der Bohlenweg, zufällig wie ich selber, ja, und der Titel vom Buch ist Planieren statt Sanieren. Und da lese ich heute aus dem ersten Kapitel vor. Ja, und wenn ihr jetzt wissen wollt, wie es weitergeht, das Bohlenbuch, nee, Der Bohlenweg, Eure Ahu.